Zusammenstoß von LKW und Linienbus in Erbach www.polizei.co, Odenwald, TV-Presse-Echo Am Freitag, 8.04. ereignete sich gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der B47 zwischen Erbach und Würzberg. Ein Fahrzeugführer aus Heilbronn befuhr mit einem, die Bundesstraße 47 in Fahrtrichtung Würzberg. Nach ersten Erkenntnissen überholte der 38-Jährige im Kurvenbereich ein anderes Fahrzeug und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Linienbus, welcher mit fünf Personen besetzt war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt, der Kleinlastkraftwagen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Zwei Fahrgäste des Linienbusses sowie der Fahrer des Kleinlastkraftwagen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben der Verkehrsordnungswidrigkeit wird sich der Unfallverursacher auch strafrechtlich wegen fahrlässiger Körperverletzung, sowie wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. Die stark frequentierte Unfallörtlichkeit musste während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde vollständig gesperrt werden. Eingesetzt waren neben zwei Streifen der Polizeistation Erbach mehrere Rettungs- und Notarztfahrzeuge auch die freiwilligen Feuerwehren aus Erbach, Dorf Erbach und Ernstbach. Curated by Raute, Kugel Kugel 3. Kugel Vielen Dank.